BR 2018 Und die Jungs schenken sich nichts. Jetzt ist es wieder Göttinger Basketball. 40 Minuten hart spielen. Fransch-Time in der Lokale. Oh, das ist ein echtes Highlight. Weckt die Fans der Göttinger. Dann lässt er es mächtig gerade drin. Dann wird es spektakulär. Solche Aktionen sorgen dafür, dass hier in Göttingen plötzlich mächtig Stimmung ist. Und er lässt es nochmal krachen. Göttingen zaubern dagegen. Fans und Spieler in der Playoffs sind Lila.